Hallo und herzlich willkommen hier bei GalaxyFan mit und von euren Simon und ja ich werde mich zurück und beginnen wir gleich mal mit der Beantwortung dieser Frage und zwar ist die richtige Antwort ich hoffe ihr habt es kommentiert die richtige Antwort ist Möglichkeit ah Kinder unter 5 Jahre und ich erzähle euch jetzt auch warum gähnen ist ansteckend jeder zweite Erwachsene gähnt mit wenn sein Nachbar es ihm vormacht und zwar aus Empathie wir lassen uns sogar eher anstecken wenn jemand gähnt den wir mögen nur Kinder unter 5 Jahren lassen sich nicht vom Gähnen anstecken das fanden schottische Forscher heraus der Grund bei Kindern unter 5 Jahren sind die Empathischen Fähigkeiten noch nicht voll entwickelt Tja das zur letzten Frage und ich lese euch gleich die nächste Frage vor aus der Kategorie Staatsgeheimnisse Was ist der Barbaraston A. Urrezept des Dresdner Christstons B. Unterirdische Schatzkammer der Nation oder C. Offizieller Stiefel der Bundeswehrsoldaten Ich halte es euch nochmal vor und die Begründung dazu Und ja dann würde ich sagen Ja also heute Abend also Freitag ProSieben 20.15 kam ein Film den ich natürlich eingesehen habe bis zum Schluss Und dieser Film hatte mit ihr zu tun Ja Den Trekkies mehr bekannt als die USS Enterprise NCC-701 aus der Kelvin-Zeitlinie Tja und diesen schönen Teil hat es leider nicht überlebt Leider Aber am Ende des Filmes hat man ja gesehen Dass ihr Nachfolger den Dienst angetreten hat Aber nun gut Ähm Ja Ansonsten war es eigentlich ein recht ruhiger Tag Ähm Ja alles war so wie immer Ja Ansonsten hätte ich jetzt Nichts erzählen Ja Was soll ich jetzt noch anders sagen Also ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen Und dann verabschiede ich mich Und wir sehen uns dann beim nächsten Video Also bis dahin Tschööö